Yo Leute, was geht? Wir sind hier. Wir gehen jetzt zur Kirmes. 9 Euro für ein Fischbrötchen. Bro, gib 9 Euro für ein Fischbrötchen aus. Das habe ich nicht gesagt. Haben wir einen Prackdancer? Nee. Hassel hat da auch keinen Prackdancer. Wir haben gar nichts. Hast du deine Fotos gedruckt? Was? Wir sind hier auf dem Skateplatz. Oh nein, es ist wieder er. Wer? Wir haben ein Riesenrad und ein Fedor und eine Schaukel. Das wird der kürzeste Vlog ever. Among Us. Wo? Ich sehe nicht rein. Lila-Nar Among Us. Das ist einfach. Lila-Nar Among Us. Es ist alles Among Us heutzutage. Du bist hier der Imposter. Krass. 2010 will seine Musik zurückhaben. Ich fand da nicht spannend dieses Jahr. Aber wir haben eine Achterbar. Aaaaah. Du nevulierst ja die Schreie, die du aus deinen Wänden hörst. Beide Wände sind am Schreis. Aber es gibt Essen. Schappen. Also wir essen jetzt was und danach sehen wir uns wieder. Uuuuuh. Ich krepiere. Handel. Wir haben auch gegessen und jetzt haben wir Musik Express. Das ist real. Er freut sich. Es ist dieselbe Musik des Presses wie letztes Mal. Wir haben immer noch Elvis the Pelvis vorne sitzen. Der Typ hat ein massiges Steißbein. Wir sind am Vögeln. Ich glaube das reicht nicht nur für eine Note vom Seinfeld Intro. Karussell. So wir sind jetzt Air Power gefahren. Die Schaukel, wie fandest du es? Sag nicht Botus. Kreisel. Er hat sich gedreht. Auf und ab. Abonnieren. Ich glaube heute kriegen wir keinen geraden Satz raus. Es ist nur Botus Bindel, Botus Bindel, Amogus. Fucking Manga. Fucking Müll. Finds okay. Wir haben überhaupt noch gar nicht erlebt wo wir sind. Sonntag. Ist auch egal. Ich vergleiche diesen Parkgeschäft mit Donald Trump. Wir gehen jetzt die dritte Runde hier über dem Platz. Dann gehen wir auch rein. Und dann gehen wir einfach. Ich seh gar nichts hier. Ich weiß nicht warum denn der parkt. Ich weiß nicht was das soll. Hier ist safe ein Parkkonferenz. Ja wir sind hier an einem Feiertag. Deswegen ist hier auch absolut nichts los. Weil wir leben in einer Gesellschaft. Anyways, das war's. Tschüss.